Hallo, hier spricht James. Diesmal warst du der Alpine Hotel. Wie fast beim Zuschauen, euer James. Jetzt geht's los. Hier wird angezeichnet, das Blech wird mit dem Blastmaschinen geschnitten. Hier wird mit dem Blech immer entkratet, dass wir dann zum Aufhängen kommen. Gefolgt wird mit Fehlrad ohne Schutzgas und Schirmtagscheifen. Zum Rostum war's eine Woche im Preis. Hier ist das tolle Ergebnis. Hier ist gleich Papierlein und Ferners drauf. Das war meine Idee mit dem Klanachs. Hier wird Draht durchgestöpselt. Die Bambusstimme wird eingefüllt. Hier hängt das ganz und fertig ist das. Wie in der Note. Hier ist das Ganze noch mal in 3D. Bis zum nächsten Monat. Euer James. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020